Eine Trennung tut weh. Noch viel schlimmer ist es aber, wenn die Beziehung nicht von einem selber beendet wird. Aber was tun, wenn der Verflossene sich aus dem Staub macht? Die Amerikanerin Bailey Woodward hat jetzt den ultimativen Trick dafür. Für das total überraschende Liebesaus rächt sie sich an ihrem Ex-Freund auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie löscht einfach ihren Verflossenen von den gemeinsamen Bildern und retuschiert stattdessen den Schauspieler Zac Efron an seine Stelle. So entstehen die witzigen Fotos, wo sie mit Zac Efron am Strand reitet oder wandern geht. Im Internet sind die Bilder inzwischen ein Hit.